Bestes Wetter und beste Laune. Am Sonntag fand nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder die Christopher Street Day Parade, abgekürzt CSD in Köln statt. Die Veranstaltung gilt als die größte Parade in Deutschland. Mit dem Marsch für die Rechte von Homo, Bi, Trans und Intersexuellen sowie queeren Menschen wird auch an den Aufstand von Homosexuellen in New York im Jahr 1969 erinnert. Diese hatten sich damals gegen Polizeiwillkür in der Christopher Street gewehrt, dem damaligen Zentrum der örtlichen Schwulenszene. Nach Angaben der Veranstalter nahmen am Sonntag in Köln rund 170 Fußgruppen und Wagen teil. Und Hunderttausende begeisterte Menschen waren mit dabei, um gemeinsam durch die Straßen der Domstadt zu marschieren. Eröffnet wurde die Parade vom CDU-Politiker und NRW-Ministerpräsidenten Henrik Wüst. Hutan. Lelololo-lo, Lelokos, Karangkestein, Walan. Eh, gila di Subco. Eh, bisa di sini, Lek. Musik 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 Das war's für heute. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Sachen machen. Ich kann es sagen, ich glaube nicht, dass es ja war. Ich glaube, wir haben auch jetzt gehört. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Let's go. Let's go. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.